Hallo miteinander, ich bin Sonja Kähli, ich bin vierfache Schwingerkönigin und in meinem Alltag bin ich Lehrerin, unter anderem Unterrichtung Hauswirtschaft. Mit 16 habe ich angefangen zu schwingen und habe dann über 16 Jahre weiter geschwungen, habe vier Titel geholt und habe aber im Januar 19, aus gesundheitlichen Gründen, den Rücktritt erklären mussten. Ich bin natürlich mit Betty Bossi aufgewachsen, so wie fast jedes andere Schweizer Kind auch. Meine Mutter hatte geschätzte 100-Bette-Busse-Bücher zuhause, zum Beispiel das klassische Bach-Buch. Ich habe mich schon ein paar Tage vor dem Wettkampf vorbereitet, zum Beispiel habe ich geschaut, dass mein Getränkenspeicher gefüllt ist, habe genug Flüssigkeiten zu mir genommen und dann am Abend vorher immer einen Spaghetti-Plausch gemacht mit meiner Schwester, damit auch der Kohlenhydrat-Speicher gefüllt war, sodass ich am nächsten Tag voller Kraft bereit war. An meine Jungschwingerinnen empfehle ich schon am Tag vorher genug zu trinken, vor allem Wasser, damit der Flüssigkeitsspeicher gefüllt ist, und dann am Morgen ein Kohlenhydratreiches zum Morgen nehmen, zum Beispiel mit Weissbrot, weil Weissbrot schnell verdaut wird und man nachher wieder genug Kraft hat für den ganzen Tag. Am eingenössischen Schwing- und Älpelerfest in Zug muss ganz sicher nicht immer hungrig heilen. Es hat ein riesiges Angebot, natürlich von klassischer Bratwurst und Servalat, dann über einen Grillspiess, Hamburger bis hin zur Thai-Food. Ich musste leider verletzungsbedingt den Rücktritt vom aktiven Schwingsport geben, bin aber nach wie vor mit beiden Beinen voll dabei, und zwar als Nachwuchstrainerin der Schwingerinnen des Schwingclub Urschweiz. Ich bin Nadja, bin 11. Und ich bin Toreli und bin 9. Ich schwinge seit 2 Jahren. Und ich schwinge seit 3 Jahren. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pommes frites. Es ist wichtig, dass sich vor dem Kampf die Schwinger so anlegen, dass die Töne korrekt herkommt. Während dem Gang ist es natürlich verboten, den Gegner zu knübeln, zu kräbeln oder auch zu beissen. Und der Kampfrichter überwacht das Ganze und notfalls sanktioniert. Der Kampf gilt als beendet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder wenn der eine Schwinger mit beiden Schulterblättern im Sagmell liegt. Jetzt steige ich die Beine an. Jetzt steige ich die Beine an. Gut. Nach dem Gang, wenn es einen Sieger gegeben hat, putzt der Sieger am Verlierer den Rücken ab. und es wird wieder das Zeichen des Handschlags gemacht. Betty Bossi und Schwingen haben 3 Gemeinsamkeiten. Beides ist urtypisch für die Schweiz. Es ist sehr traditionell. Und nicht nur die Schwinger schwingen, sondern auch bei Betty Bossi wird geschwungen, nämlich mit dem Kochlöffel.